Na das war ja mal eindeutig. Vor kurzem konntet ihr über das Tier des Monats für den Monat Mai abstimmen. Dabei traten unsere Riesenseespinnen gegen den Buschmeister an. Und gewonnen hat der von euch benannte Buschmeister Leonardo da Buschi. Welche zwei Tierarten sollen im Monat Juni gegeneinander antreten? Schreib uns deinen Vorschlag in die Kommentare.